Das haben wir nie gemacht. Ich habe nie Trio eingestellt. Das ist ja seit gestern. Ja. Das spielt denn Nahrungsmittel. Nee, mach ich nicht. Bringt mir rein. Das spielt denn Nahrungsmittel. Warum hat sich da Trios eingestellt? Und wir wundern uns, warum wir hier noch das Maul kriegen, Alter. Ja, kein Wunder. Ja. Dann können wir das wohl jetzt schaffen. Alter. Nee. Ah. Halt, Schneemann. Was, Schneemann? Da lief der Schneemann. Dem habe ich einen Fisch aus dem Schädel geschossen. Die Frau muss ich nicht wundern. Das ist logisch. Das ist immer drei am mindesten Sinn, ja. Ja. Wir tanken, die cheaten oder haben sich zusammengetan, Alter. Sonst hätten wir das nämlich jetzt geschafft. Mhm. Den hatte ich, den zweiten hat es zu hoch und dann der dritte hat es verschossen. Das wäre alles nicht passiert. Mhm. Die spielen zu dritt. Die melde ich. Ey, das sind doch drei. Das waren doch Play. Das waren die Seven, die frei. Die melde ich. Oh, nee. Was? Was? Was mich durch den Arzt. In Wunder, Junge. Und dann auch noch nicht öffeln. Boah, nicht mal ein Visier draufgezimmern. Der Idiot. Junge, Junge, Junge. Und wir wundern uns. Ja. Hier hast du noch Kriegsgeschmiedet mit Scope. Soll ich's da mitbringen? Ich muss euch mitnehmen, ja. Also, jetzt soll ich meine Blitzer verliegen lassen. Nee, Quatsch. Ich hab meine... Alter. Nein. Sehr nice. Da haben wir alles, was wir brauchen. Ja, jetzt bleibt es doch ganz anders, denke ich mal. Ja. Ja. Aber jetzt müssen die ihm schon anders spielen. Die waren ja immer einer mehr als wir. Ja. Hm, willst du noch eine epische Nemesis? Ja. Die sind besser wie die. Ja, die ist gut. Mit langen Scope, da kann ich... Hm. Die DM wäre sogar fast weggehalten. Fein, die DM wäre bereits extra. Moped? Hm. Ja, jetzt bleibt es garantiert wasser. Was ist mit dem Bunker aber los, Alter? Ketten. Tja. Tja. Hey, aber jetzt sowas Dummes, Alter. Wir haben nie Trio eingestellt. Ja, vor allem man merkt es hier auch gar nicht so. Außer, dass sie halt immer mehr sind. Ja. Und du wunderst dich, dass du aufs Maul kriegst, richtig geschissen bist und denkst dir, ey, die spielen ja zusammen und alles. Hm. Das hieß ja ja sonst auch nicht. Ich höre Pisser. Ja. Ja, 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 ja. Hop, 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 hop. Klatsch, klatsch. In der Auto war ja auch kaputt. Klatsch, klatsch. Das war's. Oh, hier hinten wird noch geschossen. Da müssen wir nochmal. Klatsch. Boah, Alter, was hängt aus? Klatsch. Noch mehr? Nicht mehr. Ich muss ja auch mal gut sind. Ich fahr mal hier Schilddrang. Hier? Hat er ja einen? Ja, hier. Boah, ich glaube, ich habe keine Backen hier, aber... Was ist auch noch Schilddrang? Schilddränge ohne Ende, Junge. Hm. Ja, mal mit. Ich weiß gar nicht, wann wir das letzte Mal in den Bunga waren. Doch, jetzt. Wie ist man? Ah, jetzt. Jetzt. Na, komm, mach auf. Heißes Geld, Leute. Oh. Wir haben gehupt, Alter. Mensch, die Zone kommt. Ich weiß gar nicht. Ich bin hier vorwächter. Warte ich ein. Komm mal hier. Nee, der möchte trauen wir nicht. Nee. Schnell. Ah. was willst du hier nehmen? hier ist gar nichts was man verwenden könnte oh da hinten wieder auf dem dach ja können wir doch uns langsam hier mitmischen ja ich hätte von weiden gemacht wir sind ja direkt hier oben stimmt hast recht das war früher nicht so gut ich habe ihn nicht schnell abgelenkt ich habe hier noch hochgeklappelt ja, ich habe hier noch hochgeklappelt ja, ich habe hier noch hochgeklappelt klatscht ich Was schießt denn hier? Ich? Oder? Oh ne, Trüben vom Berg. Das bin ich nicht. Ach, da oben ja. Oh ne, ne? Gucken wir euch auch noch gerne. Oh man. Gucken wir auf dem Dacher. Ich habe gerade Schilddrang aufgefüllt. Wir kappen. Sorry. Habe ich überhaupt nicht gesehen, der ist gut. Hm. Hat er nur auf mich scharf war. Hm. Hier liegt noch eine legendäre Thompson. Oh ne, hier oben hoch. Ganz viel Zeug, ach. Ich könnte schon alles nehmen. Jäger sehen wir. Ich müsste eine legendäre haben. Ich nehme die epische hier rüber. Ich habe auch eine legendäre. Ah, das ist die Sitter. Das darfst du nicht mehr. Ich bin sehr langsam. Deswegen. Was ist mit dem Ehen auf den Berg? Der hat sich verpisst. Okay. Wo ist unser Moped? Ach, das hat man hier unten. Wo ist denn das jetzt? Ah, hier. Oh ja. Nö. Oh. Komm, schnell, schnell, schnell. Go. Komm hoch. Oh. Erstmal ist Stunt gemacht. Geil. Die Kache. Geil. Haben wir noch 8? Ja. Geil. Ich bin definitiv weiter, wenn du als du spielst. Ja. Finde ich. Wenn du du als Gegner hast. Könnte man. Man munkelt. Es wäre einfacher. Mir kommt es einfacher so. Ja. Möglich. Gefühlt. Auch nur gering. Geil. Der Boy ist mir auch noch da. Der Wetter Boys. Könnten wir uns das zu Nutze machen? Ja. Ich sehe mich. Oh, hier ist noch ein anderer. Hier ist ein Spieler hier unten. Ja, ja. Die sollen mal auf den schießen. Wir waren Spieler. Ah, hast du. Wurde ich aber erstmal. Ja. Meine. Flasche erfüllen hier. Meine blaue. Ja. 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 Hinschie. Ich arbeit. Hier sind auch die Schildant. Ach, hier ist noch Schild99欄. Oh, Alter... Oh, Alter, ist der dumm! Ich habe das doch gar nicht gehabt in der Hand. Haben wir die Wetterkarte hier? Ja, sehr gut. Mach das mal schnell. Kleine Flügel hier unten noch. Alles muss man mal brauchen. Ja, das sind nur noch 6. Mhm. Oh, oh. Oh, sind wir noch 5? Ja. Wo ist unser Moped hin? Da kommen wir von ihm. Gute Frage. Da muss ja auch in Ruhe hier sein. Drüben, Mann, Alter. Drüben waren noch Schüsse hier. Hier siehst du es? Ja, ja. Hey, den habe ich aus der Luft geschossen. 1A. Die machen Angst da drüben. Oh, das sind ja noch welche. Ja, ja. Mehr wie genug. Oh, wir haben Haikra und die Arschlöcher. Da kommen die oben. Da fliegt gerade einer. Da oben. Da fliegt noch einer. Ja, ja. Wird da einer weniger? Oh, wir müssen zum Moped. Wo ist die Karte? Ach, da unten. Da drüben, der Berg ist unser. Dann auch der Haikra. Ja. Ja. So, noch fünf Stück. Äh, drei Stück eigentlich. Also quasi drei. Ja. Zwei. Das haben sie aber auch angesagt. Ja. Ja. Scheiße. Und jetzt jetzt? Achso, ne. Äh, ja gerade aus jetzt. Der Bergplatz, genau. Ja. schwebt was hier drüben in der griechischen bude da unten nach einem epischen aus für uns da muss er wieder einen schluck da ist er ja, da ist drin, grün wen hat er gekriegt? naja, da muss er schlucken oh ja, da kommt gleich lass dich nur nicht umlegen ja, komm raus, mein kleiner so, weg ist er da ist der Sieg ach alter, geil oh, unsere erste Krone oh, und wir wundern uns warum wird das nicht oh, nee Junge, Junge, Junge das ist easy kannst du eigentlich mal 3er einstellen